Wenigstens konntet ihr an der Front was bewirken. Was ich von Bethune gelernt habe, funktioniert. Verletzte, totgeweihte Patienten genesen in Sekundenschnelle. Ja, wir brauchen mehr Blutspenden. Ganz gleich woher, ganz gleich woher. Geht es den beiden besser? Das freut mich. Nein, nicht doch, lass das. Geh nach Hause. Bei dem, was hier los ist, unmöglich. Du musst dich ausruhen. Ich bin sicher, die Flieger kommen heute erneut. Geh schon. Du brauchst Ruhe. Dich nimmt bestimmt eins der Taxis mit, die zum Friedhof fahren. Die transportieren die Leichen in Taxis? Ja, die Totenwagen schaffen das Aufkommen nicht. Nun, weder die Totenwagen, noch die Krankenwagen, noch die Ärzte, noch der liebe Gott im Himmel.